Moin Moin bei Pardot Spendigo und Stream Part Nummer 18 von Xenoblade Chronicles 2 und ich habe vor einer Weile mal den Söldnerauftrag angenommen, Beschattung und der ist nur für Asami und da ist halt auch benötigte Zeit Fragezeichen und da hat sich definitiv nicht von alleine geklärt, deswegen muss ich wahrscheinlich irgendwo hingehen ich habe mir das jetzt mal durchgelesen, hier steht ihr müsst die Observation einer seit kurzem in Fonsa Muma gesichteten verdächtigen Gruppierung übernehmen nur für Asami, also mache ich das jetzt mal lieber, weil ansonsten hängt hier einfach ewig dieser Söldnerauftrag rum und da habe ich gar keinen Bock und ansonsten machen wir wahrscheinlich heute noch ein paar dieser Nebenmissionen da ist nämlich ein bisschen was aufgelaufen mittlerweile und das ist mir doch ein Müh zu viel und dann, wenn wir es schaffen, natürlich noch die Hauptmission, Kapitel 5, beenden So, wo wollte ich hin? Uraya von Samyma, ne? Genau Aber wahrscheinlich ist da schon wieder irgendeine andere Nebenmissionen auch noch Oder? Ah, ich rede gleich mal mit denen Gott, da ist auch nochmal was Hallo Domko Ich habe nur gegen euch verloren, weil ich meine Hilfskerne nicht klug genug eingesetzt habe Es gibt ja einen namens Direktheitung, schon mal gehört? Wenn man den ausrüstet, erhält man jedes Mal, wenn man angegriffen wird, einen Teil der KP zurück Wenn die Aegis beschließen sollte, erneut gegen mich zu kämpfen, werde ich ihr Paroli bieten können Glaube ich nicht Okay, warte mal, ich schnack mal hier mit Mit den Leuten Oh Mann Heute ist wirklich nicht mein Glückstag Was denn? Ach, nichts weiter, bis auf die Tatsache, dass mein Schiff gesunken ist Immerhin ist niemand ertrunken, aber die Ladung schwimmt jetzt im Wolkenmeer Ich habe keine Ahnung, wie ich von jetzt an weitermachen soll Oh je, was für ein Pech Das klang ganz schön sarkastisch War das zufällig ein Schiff mit Waren aus Gormoth? Oh, das ist die richtige Quest Du bist die Hexe Einer meiner Leute meinte, als das Schiff sank, hätte er in der Ferne eine Hexe gesehen Aber ich dachte nicht Oh nein, rette sich wer kann Hey, warte mal Flink ist er, das muss man ihm lassen Das ist aber nicht die feine Art Er ist komplett durchgedreht, als er mein Gesicht gesehen hat Das sind doch keine Manieren Asami, weißt du irgendwas über dieses gesunkene Schiff oder die Besatzung? Na Klärchen, das war alles Teil von meiner Aufklärungsmission Dann weißt du auch, warum es gesunken ist? Haha, na, weil ich es versenkt habe Du hast es versenkt, aber warum? Ach, jetzt macht man nicht so ein Theater Nicht nur, dass die Besatzung äußerst zwielichtig aussah Auch die Fracht war höchst verdächtig So habe ich präventiv alle möglichen Straftaten verhindert Und gleichzeitig meine langweilige Mission beendet Ja, so kann man das machen Aber war das nicht ein klein bisschen übertrieben? Kannst du dir vorstellen, wie langweilig das war Da ganz allein auf der Lauer zu liegen? Du hast ein Schiff versenkt, weil dir langweilig war? Was soll denn dieser Vorwurfsvolle tun? Ich wollte halt mehr Zeit mit meinem geliebten Meister verbringen Aber du scheinst ja gar kein Verständnis zu haben Warum musste ich überhaupt so eine todlangweilige Aufgabe übernehmen? Wäre ich nicht hierhin abgeschoben worden, wäre das nicht passiert Ich war so einsam Aber das ist doch noch lange kein Grund, um... Ich kann verstehen, dass sie sich alleingelassen gefühlt hat Sollen wir nicht besser alle gemeinsam diese Mission fortsetzen? Oh, wirklich? Zusammen mit meinem geliebten Meister? Dann werde ich ganz brav alles tun, was ihr von mir verlangt Morag, was meinst denn du dazu? Tja, besser das, als sie unbeaufsichtigt zu lassen Du bist also eins verstanden? Yippie, das wird sicher lustig Gut, dann sollten wir sofort unsere tolle Aufklärungsmission fortsetzen Los, zum großen Blasloch Giftige Absichten Angenommen Als aktive Mission festlegen Das machen wir schon mal Oh, cool Äh, die Quest nehme ich schon mal an Wenn ich schon mal hier bin Oh, meine süße, kleine Lagen Wirst du jemals zu mir zurückkehren? Huch, täuschen mich meine Augen Die Garfonts söldner reden Mit mir kaum zu glauben Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für mich Ich hab noch kein vollständiges Bild von dieser Angelegenheit Ja, bitte weitersprechen Es geht um Lagen, meine Tochter Ich hab nichts mehr von ihr gehört, seit sie nach Agentum aufgebrochen ist Oh, Lagen, mein kleines eigensinniges Täubchen Ich mach mir ja solche Sorgen Vielleicht kann er helfen Da sieht man, warum die Garfonts söldner so einen guten Ruf haben Werdet ihr mir also helfen? Nichts wünsche ich mir sehnlicher, als wieder mit meiner Tochter vereint zu sein Mein süßes, schrulliges Zuckerschneckchen sagte Sie wolle sich nur nach ein paar hübschen Hüten umsehen Ich hoffe, ihr findet sie bald Wir werden sehen, was sie tun lässt Behütet Ballhüte Nicht festlegen Okay, das heißt, wir haben jetzt ja eine Quest Die ist fucking weit weg, 1600 Aber Da hab ich doch Geh mal da hin Das heißt, da hinten ist einfach noch eine neue Mission zum Annehmen Das ist gar nicht die Idee, die ich suche Aber dann nehme ich die auch nochmal an Das bin ich schon mal in Quest annehmen Modus Corella Das geht ab Oh, ich hab da was gehört Das für einen Meister ganz bestimmt von Interesse sein dürfte Es geht das Gerücht um, dass ein Titanenschiff randvoll mit Verstärkern auf dem Weg nach Indol gesunken ist Das soll schon lange her sein, aber vielleicht ist es ja noch da Man sagt, es sei nicht weit ab von Lascham gesunken Jeder Bergungstaucher, der was auf sich hält, sollte in der Lage sein, diese Verstärkern land zu ziehen Allerdings braucht man für die Bergung von Verstärkern wohl spezielle Ausrüstung In einer Seitenstraße in dieser Stadt lungert eine Nopon herum, die sich mit sowas auskennt Ihr Name ist sie Soso Ich bedanke mich Ach, nicht doch Ich hab eh nicht das Zeug zum Meister Und es wäre auch schade, wenn niemand das Zeug birgt Wenn ich selbst ein Meister wäre, hätte ich das natürlich für mich behalten Hallo Felix Grüß dich Alles Gudi bei dir? Die Quest wird nicht festgelegt Aber da haben wir sie schon mal angenommen Ah, so Das Blasloch Ich weiß nicht, wo das scheiß Blasloch ist Gottes Willen, das scheint wieder eine andere Quest zu sein Aber wenigstens mal Gegner, die mich nicht tot sehen wollen Ist das hier ein stärkerer? Ne, ganz normale Duelldechse So, wer bist du? Kona Kona Ah nein, falsche Taste, falsche Taste Ich wollte ja jetzt keinen Kampf starten So Hallo Kona Kona Was geht ab? Kona Kona ist ganzen weiten Weg von Agentum AG hergereist Sucht ihr Verwandten von Freund und Schwester Pon Von Freundin von Freund Von Bruder Pon Von Frauchen Pon WTF Ist nur Pon namens Budada Hat sogar Job in Agentum Aber haut oft einfach ab auf Suche nach Abenteuer Sind jetzt schon viele Monate rum Seit Budada nach Uraya gegangen ist Aber ist nie zurückgekehrt Könnten Meisterfreunde helfen bei Suche? Vielleicht Nun, war Versuch wert Oh, Kona Kona ist Glückspilz Kona Kona würde Budada sicher nie alleine finden Kann Hilfe von Freunden echt gut gebrauchen Kona Kona hat gehört Budada hatte zuletzt großen Traum Dexen in natürlichem Lebensraum zu studieren Kona Kona überlässt Rest dann mal zuverlässigen Freunden Nopon wird vermisst Den finden wir Später So, Tschüssikowski Ach ja Alles so Low Level Gegner Die mich schön im Ruhe lassen Das finde ich auch mal gut Auch mal angenehm Genau In die Richtung irgendwie Und die Melodie ist so entspannt Das mag ich Felix ist übrigens der Sound gut Kann man mich gut hören Ist das Spiel gut hörbar? Passt das? Nämlich keinen Soundcheck gemacht Ich 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 Typisch All of you Come on We haven't got all day to spend on this Azami There's practically nothing around here Seems like an odd choice Just watch I'll survey the area now Two men over in this direction Picking flowers Working with an almost tireless determination And there's another Eye on four suspicious individuals But one of them recently Shall we say Saw a reason And now there are three What exactly is it that they're doing It's difficult to tell Just watching from afar All I can say right now Is that they're making some substance From the flowers And then shipping it out of the country Hmm I wonder what they're trying to do You can't identify the genus of flower? Sorry I'm afraid I couldn't tell you I don't know much about botany All right Hey Why don't we go up and ask them ourselves? What? All three of them? Yes, all three If we put the squeeze on them I'm sure they'll be happy to tell us What flowers they're picking And why Hmm Not sure about this I've grown so tired of all this Watching and waiting I want to finally have some fun With my cutie pie driver Come on Let's go introduce ourselves Okay Begib dich zu der Landfläche Die an das Korallenheiligtum In Uraya angrenzt Ich tue mal so Als wüsste ich ganz genau Wo das ist Das ist halt auch krass Es gibt ja hier überall auch noch Gegner Die hier irgendwas bei Level 80 rum sind Und so Da muss man ja echt die ganze Welt nochmal abgehen Und die alle entdecken Ich bin mal gespannt Hier ist ja so eine kleine Höhle Ob hier irgendwas interessantes war Wenn ich jetzt eh schon mal hier bin Denk ich mal Kann ich hier nochmal reingucken Weil vielleicht war ich damals mal drin Und die Gegner waren zu hart Oder ich hab's mir angeguckt Ich hab's vergessen Aber nee Ich bin hier nie reingegangen Ah 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 Level 80 Ah Gerade davon geredet Aber das Ausrufezeichen Für eine Quest Nopon Statue Liegt da rum Man kann das hier untersuchen Durchhaltevermögen Hab ich Hab ich genug Ha Tauchen aktiviert Aha 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 Wo ist zum Drücken Wo bin ich jetzt Oh Gott Das hab ich mir anders vorgestellt Dann geh ich wieder zurück Okay Oh Gott Er hat mich im Blick Er hat mich im Blick Es darf nur kein Kampf starten Guck weg Guck weg Ich weiß nicht wie aggressiv der ist Ich geh mal davon aus Der ist ordentlich aggressiv Wäre ich auch Wenn ich Level 80 wäre Nopon Statue Das sieht gut aus Was ist denn Das für eine Statue Sieht nach einem Echt hungrigen Nopon aus Vielleicht sollten wir Irgendwas zu essen hinlegen Nopon vermisst Okay Irgendwas zu essen Was 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 will ich denn Ah ja Guck mal hier Ein Grillankerschwanz Nix Reicht das Oh Oh Eins von 100 Ich muss ihm also ganz viel bringen Ja komm Ich weiß nicht Ob ich jetzt gerade 100 Sachen zu Zu verknuspern hab Aber Ich glaube Ich bin jetzt mal nett Und hau den jetzt voll Mit meinen Nahrungsmitteln Aber echt 100 Alter Alter Und alles gibt irgendwie nur eins So Was haben wir dann hier noch Glitzerzucker Ist auch ein bisschen wählerisch Ne So Sprudelsaft Geht Geht Ende Kriegt das glaube ich nicht Gekehrt Nein Ah ok Also saftige Samot Kann ich vielleicht irgendwo mal Hat er die jetzt eigentlich gefressen Die Sachen Ja Ok Und merkt er sich auch Dann müssen wir uns das aber auch merken Dass das Ding hier ist So Dann will ich jetzt wieder Hier raus aus der Höhle Das ist mir zu Zu gefährlich Aber cool Was man halt so entdeckt Wenn man außerhalb der offiziellen Wege Nochmal herumsucht Das finde ich halt sehr schön Also generell bei diesen Sendungspielen Die haben so viele Geheimnisse Warum leuchtet denn das so verrückt Hallöchen Ihr seht das doch auch Oh ja Da sehe ich das Ziel schon So Hallöchen Level 33 Das schaffe ich Ähm Entschuldigung Könnte ich kurz was fragen Hallo Würdet ihr uns verraten Warum ihr hier so Emsig diese Blumen pflückt Was gibt's Seid ihr lebensmüde oder was Die Herrschaften scheinen nicht Sehr auskunftsfreudig zu sein Dann müssen wir wohl etwas nachhelfen Ja Verpelzen wir sie Mähmäh Okay I'm ready Ritter aufladen Zusatzladung Steinschlag Wartgebeam Oh ja Jetzt kann ich ihn zumindest gleich mal hinwerfen Oh er ist umgeworfen Kann man das nochmal stacken? Vielleicht einfach nochmal umwerfen? Ne das widzen wir jetzt nicht Schade Also jetzt war meine andere Meine andere Klinge gerade nicht ready Die dann hochschleudern kann Aber ist auch nicht wichtig Die sind jetzt nicht so schwer It didn't connect? Ganz erschrocken Hitzeschub So ich könnte jetzt Wasser 2 machen Jemand von denen könnte dann Feuer machen So Dampfbombe Gib ihm Ich muss nur hoffen Dass die anderen rechts nicht fertig werden Mit ihrem Park Ja Das war's Moin Sparrow Grüß dich Jetzt sagt schon Wofür habt ihr die Blumen gepflückt? Hm Du willst nicht reden? Hast du eine Vorliebe für Schmerzen was? Hör auf Asami Der wird uns nichts verraten Hast du eine bessere Idee? Sehen wir uns doch mal Diese Holzkisten da an Sie haben alle Blumen da hineingelegt Wenn wir die Blumen unter die Lupe nehmen Verstehen wir vielleicht Was sie damit vorhaben Okay Kisten voller Blumen Ja Wie sieht denn das aus? Ja hast du schon recht Sieht aus wie unförmige Wassermelonen Aber es sollen irgendwelche komischen Blumen sein Mal sehen was in den Kisten ist Pflanzenkunde Oh Gott ich brauche mehr Pflanzenkunde Nein Nein Muss das sein Kann ich das jetzt nicht weiter clearen oder was? Okay Jetzt müssen wir mal schauen wie ich Pflanzenkunde noch geiler kriege Äh Hat wer darauf geachtet welche Charaktere das gerade können Lernen können Warte mal Ich labere einfach das Ding nochmal an Dann wird es nochmal angezeigt So Kisten voller Blumen Okay Dromark Hat jetzt nur Dromark angezeigt? Das waren Weil auch eben gerade waren es noch mehrere So Dromark und Asami Aber nur zwei Das ist zu wenig Ich brauche noch irgendwie eine dritte Person Die Pflanzenkunde kam Dann wäre es vielleicht ganz cool Mal schauen was man machen muss Damit Dromark und Asami Besser darin werden Komischerweise auch ihre Charaktere So Pflanzenkunde Ja gut Äh Falsche Taste Die letzte Stufe müsste ich halt erstmal freischalten Für Pflanzenkunde 3 Und dazu Ah Gott Muss noch viel mehr Harmonie erfolgen Rosenkohl Bist du Team Rosenkohl? Ich liebe Rosenkohl Aber hier in der Wohnung Äh Mag das keiner Deswegen gibt es das nie Finde ich sehr enttäuschend So Asami Pflanzenkunde Ja gut Mit ihr kann ich das halt nicht Erstmal nicht lernen Weil sie ja die nächste Stufe erreichen muss Was ist denn das für ein Gacha Game Es ist äh Ja das ist echt ein bisschen Bisschen nervig Finde ich Okay Haben wir es jetzt? Mal sehen was in den Kisten ist Pflanzenkunde Pflanzenkunde Noch mehr Pflanzenkunde 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 Yes Oh Was ein anstrengender Scheiß Die sind giftig oder? Äh Tana Salen Heißen sie Die Blüten bringen ein gefährliches Gift hervor Wofür habt ihr die gebraucht? Jetzt spuck schon aus Keine Ahnung Ach wirklich? Meinst du ein Happen von diesen Blümchen? Könnte deine Zunge lockern? Aber ich weiß wirklich nicht Sie haben uns nichts gesagt Nur dass wir diese Tana Salen einsammeln sollen Mehr könnte euch Nur der Typ erzählen Der bei uns was sagen hat Meinst du vielleicht den Kerl Der sich am Rand von Fonsa Mühma An seinem Kämmerchen eingeschlossen hat? Was? Woher weißt du das denn? Ich hab euch immer im Blick Mir ist keine von euren Schandtaten Verborgen geblieben Bist du eine Art Hexe? Hm Das nehm ich mal als Kompliment Gut diese zwei benötigen wir nicht mehr Zeit dem Schattenblüher Bruch Einen Besuch abzustatten Den Schattenblüher Bruch Okay Ähm Was geht hier? Ein Sammelpunkt What have we here? Insektenkunde Okay Hier sind wir Was ist das hier? Oh What have we here? Los Felix Baller den Wikipedia Beitrag rein Sehr ruhig hier Vielleicht ist niemand zu Hause Nein Der Typ ist ganz bestimmt da drin Als ich auf der Lauer lag Ist er kein einziges Mal da rausgekommen Was tun Einfach rein? Poppy kann mit Spezialrakete Tür aufbomben Lieber nicht Sonst fliegt noch das ganze Haus in die Luft Rex kein Freund von Rakete Macht Poppy ganz traurig Ja Deine Nopon Putzfrau Vielleicht kann die uns sagen Was da drin abgeht Klingt gut Dann müssen wir sie nur noch finden Sie kommt immer früh morgens her Wir müssen sie nur hier abpassen Asami weiß immer alles Ist Tora unheimlich Ach was Ich hab nur im richtigen Moment hingeguckt Jetzt muss ich die Zeit auch nochmal Verschieben Oh Tolulu Bin ich schon Hatte ich gerade Glück mit der Zeit? Tora hat klitzekleine Frage Hä? Freunde wollen von Tolulu wissen woran Forscher forscht? Jo Tut sehr leid Aber Tolulu macht nur sauber Weiß von nichts Von gar nichts Überhaupt gar nichts Tolulu schwört Also bitte weggehen Ja Nopon Wissen Hab ich Durchhaltevermögen Komm 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 Hab ich Geil Mit Nopon verhandeln Aktiviert Na Nunu Tolulu fühlt unermessliche Last von noponischer Missbilligung Na gut Tolulu spuckt alles aus Aber Freunde versprechen nicht zu verraten Tora Zuversichtlich Tolulu putzt bei Botaniker Heißt Päckle Päckle Ist ganzen Tag in Haus drin Und macht Tür nur auf Wenn Tolulu kommt Geheimes Zeichen ist 16 mal klopfen Können Freunde vielleicht ausprobieren Bitte bitte Nicht verraten Dass Tolulu geplabbert hat Großes Danke Pon 16 mal klopfen Ernte Wir sollten 16 mal klopfen oder? Eigentlich hab ich die Putzfrau ja rund um die Uhr beobachtet Aber der Teil ist mir irgendwie entfallen Nicht einmal die Besten klingen können 24 Stunden am Stück Ihre Konzentration aufrechterhalten Nett Nett dass du das sagst Dann wollen wir mal Gut geklopft ist Hype geöffnet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Puh, das geht echt in den Arm. Du bist Päckel, nehme ich an. So ist es. Und ihr seid... Wir möchten wissen, wozu ihr die Tanasaleen benutzt habt, die ihr gesammelt habt. Tanasaleen? Ich weiß nicht, worum ihr redet. Ach, wirklich? Aus den Tanasaleen hast du Giftstoffe gewonnen, oder? Absolut tödliches Zeug. Was? Woher weißt... Meinem Blick entgeht nichts. Du weißt, dass das Schiff gesunken ist, mit dem ihr euer Zeug transportiert habt? Und deine zwei Kumpels, die für die Blumen zuständig waren, sind leider auch nicht mehr mit von der Partie. Ach je, sieht aus, als wärst du ganz auf dich allein gestellt. Ich frage jetzt zum letzten Mal auf die höfliche Art, was hattest du vor? Sie ist irgendwie voll Haare. Warum sollte ich auch nur ein Wort sagen? Ich würde dir wirklich raten, dich kooperativer zu verhalten. Meinem 1000-Meilen-Blick bleibt nichts verborgen. Krummetrix kannst du dir also sparen. Das Spiel ist aus. Das muss dir doch klar sein. Jetzt spuck schon endlich alles aus. Ich habe im Auftrag eines Gormotti gehandelt. Das Gift, das ich hergestellt habe, heißt Tana Titan. Es wurde per Schiff ins Ausland gebracht. Zu ihm. Es hätte zwei Lieferungen geben sollen, aber das Schiff mit der zweiten Ladung ist gesunken. Das war Asamis Verdienst. Das haben wir doch schon geklärt. Deshalb musste ich noch einmal Tana Titan herstellen, aber dann haben wir uns eingemischt. Und was wollte der Auftraggeber mit so einer großen Menge Gift anfangen? Tana Titan lähmt das Nervensystem von Titan. Was? Mit dem Tana Titan sollte ein Titan geschwächt werden. Das Gift sollte irgendwie in seinen Körper rein. Und würde die Menge der ersten Lieferungen vielleicht doch schon reichen, um dieses Ziel zu erreichen? Ach, ich denke schon. Und die erste Ladung hat ihren Zielort auch erreicht. Der da wäre, das hat man mir leider auch nicht gesagt. Ich war nur für die Herstellung des Gifts zuständig, mehr nicht. Da hat sich aber jemand wirklich gut abgesichert. In der Tat, wenn wir keine weiteren Spuren finden, ist die Sache hoffnungslos. Ein hohes Ende? Nur wer du denkst, ich bin, Frau Schäuze? Warte, du kennst, wo sie den Tana Titan nehmen? Ich bin verletzt. Es scheint, dass du wirklich wundervatst, dass ich den Job gemacht habe. Das Beste, mein Herz. Nein, nein, wir waren wirklich wundervatst, ja. Ich bin einfach wundervatst. Ich bin immer bereit, um den extra mile zu gehen, um meinen Lieferien zu gehen. Ah, sie kann nutzen, dass ihr klarfreundlich ist. Ich bin nur ein Moment. Wie war es das? Hast du nichts gesehen? Es war ein gewisses Äthermine. Es war ein gewisses Äthermine. Es war eine große Kontraktion. Ich habe noch nie gesehen wie es. Der Thanatitan war direkt neben ihm. Ich habe auch die Garmadi-Mine gesehen. Eine Stöhne. Eine Äthermine? Ist es sogar ein Ort wie das in Uriah? Es war in Morardane. Du kannst es sehen. So weit? Of course. Mit meiner Augen, egal wie weit entfernt wir sind, ich kann meine Sweetie Pie-Driver, woher sie sind, woher sie sind und woher ich gerne. Gross. Großartig. Großartig. Hm. We're looking for an Ardenian Äthermine, you see? Exactly. I wonder what the contraption could be? Must be big thing like Rosa. But if that's true, then where does the Thanatitan come into all this? If we assume that they are to be using the Thanatitan in the Äthermine, then contraption used to carry Thanatitan? The flow of Aether acts much like our own blood, in that it circulates around the Titan's bodies. If they use the Thanatitan there, they'll be able to accelerate the Morardanean Titan's degradation. Then we've no time to lose. If they get away with their scheme, Morardane's gonna be in big trouble. Agreed. Let's make haste to Morardane and apprehend the culprits at once! Okay, suche die untere Ebene der Ethermine in Morardane auf. Und genau. Das werde ich mal versuchen. Hm, ist das weit. Ich glaube, der Durchgang dann wird es sein, ne? Und da ist nochmal so eine Tür offen. Vielleicht ist die auch nochmal wichtig. Oh. Das muss diese Maschine sein, die das Thanatitan zuführt. Die ist ja noch größer, als ich sie mir vorgestellt habe. Die läuft ja schon. Wir müssen schnellstens den Anführer der Schurken aufspüren und herausfinden, wie man das Ding anhält. Ich sehe ein Gormotti weiter hinten auf dieser Ebene. So, dann los. Okay, ich bin richtig. Das ist doch schon mal schön. Giftige Absichten. Soll ich jetzt wieder hochkrabbeln? Oder was ist das? Das geht hier. Okay, hier entferne ich mich. Aber warte mal. Ich gehe mal einmal auf die Karte. Äh. X, ne? Per Karte. Achso, ja genau. Da kann man sich die nicht anzeigen lassen. Naja, dann bringt das nichts. Aber ja, ne. Das ist scheiße. Yes. Definitiv scheiße. Ich gehe mal in die Richtung. Ja, sieht gut aus. Der wird hier oben rumpimmeln. Hallo ihr. Ich speichere mal, bevor ich mich mit euch anlege. Ja. So, vom Level her könnte es passen, aber es sind halt mehrere, ne? Bis dahin und keinen Schritt weiter. Schaltet das Ding aus sofort. Ganz bestimmt nicht. Ihr könnt ja gerne versuchen uns aufzuhalten. Machen wir auch. Erledigt werdet ihr. Verkommener Gillick. So, alle auf einen Feind. Wenn ich erstmal weg schnibbeln kann. So, umgeworfen. Ja, leider ist George noch nicht ready. Sonst könnte ich ihn nochmal hochschleudern. Da ist eine Heilkapsel. Bam. Na komm, schonmal einen Hitzeschub. Oh Gott. Ich kann den Schild mal wegmachen. Ein Rückwurf. Erfolgreich. Ah, okay. Schwanken hat gar nicht geklappt. Lackai nepp. Oh Gott. So, holen wir mal die Heilung raus. Ja. Flächenbrand. Ja komm, ich mach. Umwerfen. Flächenbrand. Genial. Sehr schön. Oh mein Gott. Was er so nah gemacht hat. Das war super stark. Gib mir die Heilung. Ja, Flächenbrand. Das brauche ich jetzt. Okay, der ist gleich kaputt. Okay. Nächster Lackai. Der letzte. Me 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 me. Kampfbombe. Ja, das war's. Und ein Kernkristall. Und ein Kernkristall. Pflanzen. Gut. Dann wohl bekomm's. Die Hebel. Man muss sie in der richtigen Reihenfolge ziehen. Erst blau. Dann weiß. Dann nochmal blau. Blau weiß blau. Ja, genau. Bis jetzt Frieden. Fürs erste Jahr. Wenn du mich allerdings angelogen hast. Mach dich auf 1000 Peitschenhebe bereit. N-n-nein. Das war die Wahrheit. Oh, Asami. Die harte Tour. Das sah ich drauf. Ja, Lächeln von Asami ist schlimmer als Zähnefletschen von Gorillos. Tora muss aufpassen, Asami nie wütend zu machen. Jetzt wissen wir, wie man das Ding anhält. Beilen wir uns. Flinky flitzlos. Ja, Nunu. Blau weiß blau. Oh Gott. Dieses Grün. Oh, dieses giftige Grün. Das sieht gut aus. Der Kontrollschalter. Und ja, such ihn. Schalt du das Ding aus. Du weißt ja noch, wie es geht, oder? Blau. Weiß. Blau. Nichts. Das Ding läuft einfach weiter. Hat der Typ uns angelogen? Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Ganz schön mutig. Keine Zeit für Bewunderung. Schnell irgendwas machen. Wir haben keine Zeit, die richtige Kombination aus ihnen herauszupressen. Uns muss ganz schnell was einfallen. Ha, ich hab's schnell. Zum Minenaufzug. Okay, okay, okay. Oh, die schicken mich ja aber auch hin und her, ne? Verrückt. Bin. Bin. Bloß nicht da reinfallen. Ist wahrscheinlich instant tot. Ja, das passt gut. Du 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 du. Mh-hmm. Uu. H-hmm. Sie funktionieren gut. Glaubst du ein bisschen zurück, Sweeties? Azami, was du planierst zu tun? Tora ist confused. Ist wirklich möglich, dass die Kontraption von hier stopt? Es wird gut. Ich werde nur das gleiche, was ich gemacht habe, um das Schiff zu sinken. Du meinst... Be sure to watch closely, my darling little driver cheeks. Oh, was lustig! Well, have you fallen for me yet? Damit wäre die Sache erledigt. Ich weiß ja nicht, die Titans sind doch entkommen. Vielleicht versuchen sie es nochmal. Darum müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Diese Maschine war wohl eher ein Unikat. Ich glaube nicht, dass man sie so einfach nachbauen kann. Und solange der Wissenschaftlertyp in Urai am Knast sitzt, können sie auch kein weiteres Fernerteiten herstellen. Dieser Plan, einen Titan zu vergiften, dürfte ein für alle Mal Geschichte sein. Dann sind wir wohl aus dem Schneider. Erst reiner Arbeit, Azami. Was? Mehr bekomme ich nicht für die ganzen Mühen. Etwas mehr Lob wäre schon angebracht, oder? Wie? Das Lob hat dir nicht gereicht? Du hättest mich zum Beispiel auch zu einem Date einladen können. Immerhin durfte ich bei dieser Mission viel Zeit mit dir verbringen, also will ich dir mal verzeihen. Ach, irgendwie auch schade, dass die Mission jetzt schon zu Ende ist. Ich wünschte, ich könnte dich ganz für mich haben. Da fällt mir wieder dieser Typ ein, wenn der denkt, er kann mich einfach so anlügen, wird er sich gewaltig. Ich werde ihn aufspüren und ihm ein paar Manieren beibringen. 1000 Peitschenhebe wären dann nur der Anfang. Zurecht. Giftige Absichten abgeschlossen. Der Titan sollte vergiftet und so geschwächt werden, aber das dafür vorhergesehene Gerät wurde zerstört. Dafür gibt es ordentlich Gold, EP und TAP und noch drei so komische Items. Oh, ein neuer Auftrag ist nur verfügbar. Sieh dich in der andolten Stadt. Ja, okay, ne, warte, jetzt, jetzt, jetzt habe ich andere Mission. Dann ist die Reihe gecleared und ich habe die nächste Harmoniestufe hier erreicht bei Asami. Zack. Ah, sehr geil. Okay. Genau, jetzt muss man eigentlich nur auf die Vertrauensstufe steigen. Besiege Eibarm Qualz in Lefteria. Okay. Klingkombos. Huma Akana in Lefteria. Erreiche maximale Harmonie im Kampf. Sammle einen bestimmten Anzahl von KP, Kapseln, also scheiß. Ja, gut, das geht. Äh, warte, 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 was war das hier eben, das letzte? Verwende Asamis Lieblingstaschen-Items aus der Kategorie Kosmetik. Oh Gott. Ah, was ist? Lieblingstaschen-Items aus der Kategorie Kosmetik. Ah, habe ich nicht. Ey, ich habe nichts Kosmetikmäßiges. Muss ich ein anderes mal machen. So, jetzt die Frage, machen wir noch eine Nebenmission oder machen wir jetzt, damit wir nochmal Hauptmission reinballern können? Das ist ja alles nicht zeitkritisch, wann wie, wo ich das mache, ne? Aber warte, wir haben die Geheimdokumente. Ach, wir arbeiten das jetzt ab. Ein Spion hat Dokumente gestohlen und sie in einem Monster versteckt. Da gibt es sicher eine saftige Belohnung. Genau, das machen wir, die war in so einem Necrom-Mück. Okay. Jetzt festgelegt als Mission. Das ist nämlich auch hier oben. Ah. Einfach hochklettern, ne? Sag mal, wo ist denn hier die Leiter? Warte mal, kann ich den Fahrstuhl hochnehmen? Ha! Warum habe ich das nicht immer so gemacht? Was ich vom Glück habe, dass jetzt direkt hier ist, die Mission. Ah, da war. Hier unten irgendwo? Da ist sie. Das ist sie. Da ist sie. Das ist sie. Okay, hier sind sieben Dokumente erhalten. Dass hier natürlich noch das scheiß Treibnest. Und die ganzen Arme in Kackmücken. Aber er geht doch schnell. Die bringen halt auch gefühlt gar keine Erfahrungspunkte mehr. Da war irgendwas bei 20, 30. Ist ja nix. Okay. Die Geheimdokumente habe ich am Stisse. Die sind, weiß ich nicht, so 600 Meter entfernt. Hallöchen. Da was. Ah, was willst du denn hier? Kann gut. Der Palast von Harthay, die Residenz des Kaisers, ist das am besten befestigte Gebäude von Alba Kavanich. Auf dem Dach sind gigantische Kanonen installiert. Wenn es euch interessiert, seht sie euch ruhig an. Die Fahrstühle da vorn, links und rechts, bringen euch hoch. Danke. Vielleicht später. Hallo Bürger, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Dies dürfte für dich sein. Das sind doch... Wo habt ihr... Also die Sache ist so. Oh, verstehe. Kommt zu glauben, dass ihr euch das freiwillig aufgeheizt habt. Nicht auszudenken, was diese Information in den Händen anderer Länder hätte. dann ausrichten können. Würden die alten Tagebücher von Kaisernial und Sonderkommissarin Morag jemals ans Licht kommen? Hoppla. Das hätte ich wohl besser nicht sagen sollen. Ihr habt nichts gehört, verstanden? Ihr habt in unserem Land einen großen Dienst erwiesen. Tiefsten Dank. Hier ist eure Belohnung. Bitteschön. Danke, Bonn. Ein Dankeschön hätte vermutlich ausgereicht. Tora. Geheimdokumente geklirrt. Hab geschlossen. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Ähm... Hab ich jemals in diese Richtung hier gelaufen? Glaube nicht. Ne. Das mach ich jetzt mal. Hallo, Ashimi. In einer Militärnation wie Moradain werden nationale Angelegenheiten vom Militärstab geregelt. Das Finanz- und Sicherheitswesen, Meteorologie, Justiz, sämtliche Zweige unterliegen der Aufsicht von Offizieren. Um Monopolisierungen zu verhindern, wird darauf geachtet, dass Posten regelmäßig neu besetzt werden. Ich erinnere mich noch gut, wie überglücklich Dugal war, als er dem recht friedlichen Gormoth zugeteilt wurde. Letztendlich hat der arme Kerl nicht mal seine Amtszeit überstanden. Traurig, traurig. Was geht hier ab? Ein Hauch... ...von Tö. Dann nehme ich mal jetzt diesen Aufzug, wie er gesagt hat, und guck mir das an. Hallöchen. Führ mich zum Shuttle. Ding. Okay, genug. Also zumindest existiert hier ein Harmoniegespräch und nochmal ein Dude, der reden möchte. Oder mehrere Dudes, die reden möchten. Das ist... Schon mit deinem Aufzug? Fährt er wohl hoch oder runter? Oder was ist in diesem Aufzug? Weiß nicht. Mona. Das Audienzzimmer befindet sich direkt über uns. Doch seine Majestät, der Kaiser ist momentan nicht anwesend. Sollte dir eine Audienz wünschen. Kommt doch bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Okay. Ist er aktuell nicht da. Hallo, Milord. Hüpf. Was geht ab? Ich habe schon Gerüchte über künstliche Klingen gehört, aber dass es sie bereits gibt, damit hätte ich nie gerechnet. Unser Institut für Forschung und Entwicklung scheint ziemlich hinterher zu hinken. Da war wohl jemand schneller. Findige kleine Kerlchen, diese Noporn. Glaubt ihr, die würden sich von uns mal über die Schulter sehen lassen? Weiß ich nicht, ob man das generell machen sollte. Aber jetzt habe ich einen Reisepunkt. Guck mal, dafür hat sich das schon mal gelohnt. Aber jetzt gehe ich mal in diese Richtung. Richtung Harmoniegespräch. Geht's weiter. Flügelbezirk. Nee, ich fahr hier echt nicht, ne? Ich bin hier nie lang gelaufen. Hallo, Gespräch der Harmonie. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Mauraardain hat eigentlich ein relativ holles Klimadsystem. Wir werden von ihnen anweseln anweseln. Wir haben das hier auch wirklich, was wir eingegangen hat. Wir haben sehr viele attraktiv gemacht. Unsere Lande hat sehr viel das Gegenteil von Flourish gemacht. Die Zeit der Titanen? Ja, es sollte nicht lange sein. Der Tag, als die Titanen der Mord-Ordaine wird unheimlich. Das Gefühl, der Senat begann eine Krieg für eine neue Haus für unsere Bevölkerung. Das wäre Gormat, dann. Ja. Sie wissen, dass es ein besseres Weg ist? Es ist jetzt. Unsere zwei Regierungen könnten einfach sprechen, kennen uns alle, werden Freunde. Wir könnten uns zusammenarbeiten, genau wie Sie und ich. Wir waren Anwälte am Anfang, aber jetzt sind wir Anwälte, auf der gleiche Seite. Wenn unsere Nationen getan haben, hätten wir das gleiche getan haben, hätten wir nicht mehr kommen können. Vielleicht so. Wenn alle in dieser Welt denken wie Sie, Terror und Striebe wären nicht so common. Komm schon. Wir werden nur sagen, für Sie? Was bedeutet das? Wenn es keine Lust für Striebe ist, dann müssen wir es einfach rauskommen. Rex hat uns gesagt, wenn wir die Weltreise haben, dann gibt es keine Lust für Krieg. Sie denken, und Gelesium ist die Antwort auf alle unsere Probleme, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob die Leute lachen. Sie sagen, es ist ein Pippe, oder so. Ich würde lieber ein Optimismus als nur ein Vergnügen von einem Staat des Welt. Du hast ein Punkt. Ich hoffe, dass Sie uns die Kraft geben, um diesen Gowal-Morag zu erreichen. Es wäre großartig, für die Kampterneuer Unterstützung. Ich werde. Sie nennen mich das Empires Finest und ich will es prüfen. Okay. Ich glaube, ich gucke mir die Ecke nochmal an. Warte, was geht hier? Nee, das macht keinen Sinn. Da wollte ich nicht drauf rumlaufen. Na guck mal, da kann ich irgendwie was benutzen. Aber ich weiß nicht, ob ich die passenden Skills gerade am Schlüssel habe. Aufwind. Windelement, Sprungkraft. Ah ja, noch nicht genug. Ihr könnt das ja jetzt natürlich hin deichseln, aber nee, ist mir jetzt zu stressig. Mach ein anderes Mal. Okay. Dann gucken wir jetzt wieder nach den Missionen. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Die grünen Schnäbel. Nee, verlorene Sonneparn. Versunkene Verstärker. Sehen wir. Aha. Ja komm, die Quest ist jetzt schon so ewig hier. Wes kauft ein, aber einige Zutaten sind in Gormoth rar geworden. Besorge drei Zutaten für Wes. Suche Wes Haus am Windmühlenplatz in Gormoth auf. Ich war zu lange nicht mehr in Gormoth. Oh mein Gott, ich bin einfach direkt richtig. Ja, nice. Ich fühle mich nicht mehr sicher, ehe ich bei meinen Patrouillen nicht auch den letzten Winkel inspiziert habe. Man weiß nie, was für schreckliche Dinge plötzlich geschehen könnten. Ich bin ganz krank vor Sorge. Thora versteht. Vor kurzem erst haben wir Banditen abgefangen, die diese Stadt angreifen wollten. Wusstet ihr das schon? Wir haben sie zwar festnehmen können, aber das war bestimmt nur die Spitze des kriminellen Eisbergs. Wer weiß, dass die nächsten Verbrecher bereits planen. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen vor Sorge. Ist ungünstig, ne? Nicht schön ist das. Nicht schön. Guck mal, hier ist auch nochmal ein Dulli. Hallo, Myron. Myron. Wer weiß, wie du heißt. Thora will neueste Gerüchte aus Küche hören. In letzter Zeit sind Diebe unterwegs, die es auf Kernkristalle abgesehen haben. Manche sagen, die Torner hätten damit zu tun. Andere behaupten, die Diebe handeln auf eigene Faust. Jedenfalls haben diese Gauner den Armeekorps der Ingenieure angegriffen, für den mein Bruder arbeitet. Er wurde ziemlich schwer verletzt, aber ich bin froh, dass er mit dem Leben davon gekommen ist. Ja, bin ich auch. Wunderschön. Edellöwen, der Söldner-Trupp ist zurück. Okay. Soll ich vergessen, was ich eigentlich machen würde? Ach ja, genau. Ich hatte hier noch eine Quest. Eluneth. Wusstet ihr, dass meine Mutter eine Meisterin ist? Eine Perfektionistin ist sie auch. Verlieren kann sie gar nicht. Deshalb erklärt sie mir eine Menge Dinge. Falls ich eines Tages auch mal ein Meister werde. Bei Talenten ist es anscheinend so, dass sie automatisch aktiviert werden, wenn man sie erlernt hat. Dain hat sich wohl in gewisser Weise der Körper an bestimmte Bewegungen und man muss nicht nachdenken. Aber mal ganz unter uns. Ich will eher kein Meister werden. Bei meiner Mutter sieht mir das sehr stressig aus. Ja, dann wär's halt nicht. Bleib halt dully. Taka, grüß dich. Was geht ab? Mann, ich hab bald echt keine Lust mehr. Aber wen interessiert das hier schon? Erzähl weiter. Ach, ich arbeite im Holzschlag von Noclea beim Nacken des Gormod Titan. Wir schuften. Wir schuften da Tag ein Tag aus, fällen einen großen Baum nach dem anderen. Aber vor kurzem sind uns mehrere Dutzend Baumstämme gestohlen worden. Das ist harte Knochenarbeit, was wir da machen. Diese Bäume sind echt riesig und verdammt schwer. Selbst mit vereinten Kräften schaffen wir kaum mehr als fünf Bäume am Tag. Und dann werden sie uns einfach so gestohlen. Wenn bloß jemand den verdammten Dieb erwischen würde. Morag mit Verlau. Schon gut, Bridget. Ich weiß, was du sagen willst. Wir werden uns da Sachen annehmen. Was, echt? Oh Mann, das muss ich allen im Holzschlag erzählen. Die werden sich freuen. Ich hab nur leider überhaupt keine Anhaltspunkte. Keine Ahnung, wer die gefällten Bäume stiehlt. Am besten hört euch einfach mal im Holzschlag um. Vielleicht hat ja einer oder andere eine Idee? Verlass dich auf uns. Selbstverständlich. Ja, ja, machen wir. Ich werde dann nachkommen und mir anhören, was ihr bis dahin herausgefunden habt. Man sieht sich. Künstlerleiden. Angenommen. Attraktive Mission. War das überhaupt die Mission, die ich machen wollte? Sollte? Ich weiß es nicht. Also einzuhalten. Das ist schon eine ganz andere Mission, oder? Ich wollte eigentlich Seelenruhe machen. Oh Gott. Ja, jetzt mache ich Künstlerleiden. Es gibt einfach zu viele Missionen. Zu viele Missionen. So. Na, wie sieht es aus? Ich hoffe, der optimal Distanzsensor, den ich euch gegeben habe. Hat euch geholfen? Ja. Das hört man gern. Ich bin in letzter Zeit viel durch Alres gewandert. Dabei erforsche ich Pflanzen aus allen Teilen der Welt. Jeden Tag lerne ich was Neues. Den ersten Teil meiner geplanten Reisen habe ich jetzt hinter mir. Jetzt werde ich mich erstmal etwas erholen. Feldforschung ist echt spitze. Nur das Zusammenfassen aller gesammelten Daten später. Naja, das gehört eben auch dazu. Ich werde schon irgendwie schaukeln. Befrage Helena über den Holzschlag. Mache ich gleich. Ich mag das nicht, wie die Stadt aufgebaut ist. Das ist irgendwie ätzend hier mit dem vertikalen Rumgewusel. Nette Aussicht geht so. Warum ist das eigentlich ständig Nacht bei mir heute? Guck mal da. Nächste Quest. Bipopo. Hallo Bipopo. Nunu, großer Schlamassel. Das ist nicht gut. Was ist denn vorgefallen? Bipopo ist zum ersten Mal ein Gormod und hat sich fürchterfies verlaufen. Ist hergekommen, um Tiger Tiger zu spielen, weil alle über Spiel faseln. Als gäbe nichts besseres. Wissen Freunde vielleicht, wo Bipopo hin muss für Zock Spaß? Äh, keine Ahnung. Wenn du möchtest, helfen wir dir. Na klar, tun wir das. Danke, Porn. Freunde sind große Riesenhilfe. Teures Vergnügen. Hallo Susanne, grüß dich. Ich mache ein paar Nebenquests. Ich habe die von Asami heute gecleared. Ich nehme einfach so viele Quests an, das ist ganz wild. Auf wir gehen. Befehl und zählen wieder. Mucke los. Mann hat mich doch tatsächlich degradiert, nur weil mir diese eine Torna entwischt ist. Und jetzt darf ich wieder als Wache in der Garnison Dienst schieben. Immerhin sitzt mir hier kein Schrei als mehr am Nacken, der mich andauernd herumkommandiert. Ich verdiene jetzt zwar nur noch einen Bruchteil meines früheren Lohns, aber das ist mir meinen Seelenfrieden wert. Mhm. Hallo Ash. Asche. Aschi. Gut, beziehungsweise gar nicht gut. Na, was ist denn? Ein Tierforscher wollte mit einer Eskorte die Wolf-Population studieren. Sie sind noch immer nicht zurück. In letzter Zeit gab es hier viele Wolf-Angriffe. Wir müssen zusehen, wie wir die Population kontrollieren können. Unter den drei Leibwächtern waren zwei Meister. Mit ein paar Wolfen sollten die fertig werden, aber wer weiß. Oh, ist echt furchtbar. Wir haben so oder so schon zu wenig Leute. Da können wir zwei Meister schl-lecht entbehren. Aber die Hohentiere wollen nicht riskieren, dass es auf der Suche nach ihnen noch mehr Verluste gibt. Ihr würdet wirklich helfen? Ich bitte ungern fremde, so gefährliche Dinge zu. Huch, was ist denn das? Ihr habt ja auch Kling. Was für ein Glücksfall. Die Wäufen wurden vor allem bei den Wanax-Fällen gesichtet. Deshalb ist die Gruppe dorthin aufgebrochen. Das sind große Wasserfälle am unteren Rücken des Titan, okay? Ich hoffe denen vier geht's gut. Viel Glück bei der Suche nach ihnen. Sie sind tot. Alle tot, wenn ich mit denen fertig bin. Okay, ähm... Hier gibt's erstmal keine Quest mehr, aber doch in meinem Häuschen. In Thoras Haus. Ne, dann auf zu Thoras Haus. Da war ich ja ewig nicht mehr. Gar nicht mehr, was da abging. Ui. Papa-Pon! Tora ist zu Hause. Papa-Pon meinte, für Thoras Brief angekommen. Genau richtig. Ist aber komischer Brief, ganz ohne Absender. Verdächtig, verdächtig. Inhalt ist noch verdächtiger, bitte lesen, Tora. Hm. Lieber e Thoras. Handschrift ist so schlimm, dass Thoras schon keine Lust mehr hat. Ja, muss ganz ungebildeter Dummpon geschrieben haben. Aber bitte trotzdem weiterlesen. Augen zu und durch. Na gut, Papa-Pon. Lieber Thoras. Bitte Daten von folgenden Klingen sammeln. Und dann in Poppy einspeichern. Und dann zu Bauch. Hafen. In Mordain kommen. Und was soll der ganze Quatsch? Meinst du, der Brief ist von jemandem, den du kennst, Thoras? Vielleicht hat der Absender seinen Namen noch nicht angegeben, weil er dachte, es wäre offensichtlich. Thoras kennt niemanden mit so schrecklich schlimmer Handschrift. Will auch gar nicht kennen. Aber muss irgendeiner sein, der Thoras kennt. Woher sollte der Absender sonst Namen von Thoras und Poppy wissen? Äh, will Meister-Pon-Sache nachgehen? Natürlich, Thoras von Geburt an voller Neugier. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Anweisung aus dem Brief Folge zu leisten. Hm, RexRex einverstanden? Natürlich. Wenn wir alle zusammenarbeiten, soll es doch ein Klack sein, diese Klingendaten zu beschaffen. Vielleicht sollten wir uns erst einmal durchlesen. Um was für Klinge es überhaupt geht. Na gut, Thoras wird weiter Augen mit schrecklicher Schrift maltrittieren. Daten von Spezialtechnik Lasershow. Von normaler weiblicher Klinge mit Ätherkanone. Daten von Spezialtechnik Sturmangriff von normaler männlicher Klinge mit Fäustlings-Klown. Daten von Spezialtechnik Doppelhauer. Von normaler Wau-Wau-Klinge mit Zwillingsring. Daten von Spezialtechnik Tomahawk-Bumerang von normaler männlicher Klinge mit Antikasch-Wert-Axt. Daten von Spezialtechnik Luftschild von normaler weiblicher Klinge mit Schildhammer. Daten von Spezialtechnik Planktombus von normaler weiblicher Klinge mit Briesenball. Ähh, Daten von Spezialtechnik Laserhellebade von normaler Riesen-Hoschi-Klinge mit Megalanze. Daten von Spezialtechnik, Multiangriff von normaler männlicher Klinge mit Glanz-Katana. Heißt also, Poppy muss mit allen acht Datensätzen gefüttert werden. Das klingt ja doch nach einiger Arbeit, aber Rex Rex hat doch versprochen. Ja, und er bereut's gerade. Nein, ist schon gut, Tora, wir schaffen das. Yippie, Rex Rex ist Mann von Ehre. Wäre schön, wenn der Mann von Ehre auch die Arbeit allein erledigen würde. Aber ich hab das Gefühl, ganz ohne den Rest von uns wird er das nicht hinkriegen. Morag ist auch Mann von Ehre, wenn alle zusammen meistern, ist Aufgabe Kinderspiel. Tora, ich bin... Ist auch egal. Na gut, dann sollten wir also loslegen, oder? Und wenn wir fertig sind, gehen wir zum Bauchhafen Mordain, so war's doch. Genau, so will es kragliger Brief. Sind viele Einzelaufgaben, am besten der Reihe nach abarbeiten. Gut, bis später, Papapon, aber bitte aufpassen, Tora könnte böse Intrige von durchtriebenem Schurkerpon sein. Ungeahnte Macht. Ah, du bist auch in Kapitel 4. Dann bist du aber schon weit gekommen, ne? Ach, kann man gleich aktiv machen. Die Mission finde ich interessant. Aber hier ist nochmal ein Gespräch voller Harmonie. Nunu, hier hat sich Funkel-Funkel-Gehäuse für Zock-Spaß also versteckt. Bipopo ist schon ganz aufgeregt, sieht nach riesen dollen Suppi-Spaß aus. Tora scheint Bipopo ist ein Opon mit... Oh Gott, wunderprächtigem Geschmack. Ist nämlich Spiel, das Opapon von Tora gebastelt hat. Nunu, großes Staun, Staun. Heute ist wohl Tag voller Überraschung für Bipopo. Darf Bipopo gleich loslegen? Klari, klaro, kostet allerdings 100 Geh pro Spiel. Ist nicht schlimm, Bipopo hat Katsching wie Sand an Wolkenmeer. Das hört Tora gern, viel Spaß. Nunu ist supi schwer. Bipopo darf nicht Hoffnung aufgeben, ist nur Sache von Übung. Wie alles im Leben. Oft genug spielen, dann wird sicher Kinderspiel für Bipopo. Und wenn Bipopo richtig gut... Äh, gewinnt Bipopo vielleicht sogar super tollen Megapreis. Nunu ist ein super toller Megapreis. Nun ist Zockerherz von Bipopo voll in den Gange. Muss über den Preis gewinnen. So ist richtige Einstellung. Tora entspannt so lange mit Freunden. Ui, ui, ui. Bipopo hat Tora schreck, schreck gekriegt. Bei Blick auf Uhr sind schon zwei Stunden vorbei. Wie läuft denn? Bipopo findet... Ist supi doofes Blödi-Spiel. Nunu. Aber Tiger, Tiger ist prima prächtiges Vorzeigewerk von Opern Spielekunst. Warum findet Bipopo's Spiel so schlimm? Bipopo ist hergekommen mit Batzen von Katsching. Hatte 48.000 G. Und jetzt ist Katsching aufgebraucht. Bipopo wurde von meinem Spiel ausgeraubt. Wenn das nicht supi doofes Blödi-Spiel ist, was dann? Nunu, 48.000 G. Bipopo hat 480 Mal gespielt? Moment. Heißt ja, Bipopo ist alle 15 Sekunden hops gegangen. Bipopo ist schlechtes der Spieler aller Zeiten. Nunu. 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 Gut, Spiel war zumindest super Spaß. Ja, also Verlust von 48.000 G. Vielleicht doch nicht so schlimm. Bipopo bereut nichts. Nichts? Nein, war Lüge. Bipopo bereut nicht, super tollen Megapreis gekriegt zu haben. Da kann Tora helfen. Bipopo wartet kurz. Während Tora für Bipopo Panzer-Modus 3 gewinnt. Nunu. Tora gewinnt Preis für Bipopo. Ui, Bipopo unendlich dankbar. Bipopo ist ganz gespannt auf großes Zocktalent von Tora. Hey, muss ich das jetzt wirklich machen? Komm raus, komm raus. Ich bin emotional gar nicht vorbereitet. Ich habe mich auch schon völlig vergessen, wie in dieses Spiel geht. Scheiße, wo waren wir das jetzt? Oh Gott, wer bist du denn? Ach so. Harmoniegespräch. Gib mir das. Also, das ist die Bipopin der Tora. Hey, vorsichtig mit den Händen. Viele verbrechbare und wertvolle Dinge. Was ist das? Ah, das ist nicht mehr als genug zu schüttern. Nicht zu tun, Tora. Was ist das? Es ist alles gut. Ist das ein... Bipopin der Tora? Das ist die Bipopin der Tora. Die Bipopin. Es hat die Bipopin und alles. Das ist nicht die Schutz. Es ist eher ein bisschen wie ein Bipopin von Bipopin. Das ist die Bipopin der Tora. Oh Gott. Um. If you listen to Tora's explanation, it makes perfect sense. I'm all ears, Tora. It's not thing that Tora make. Nothing to do with Tora, really. This creation of Dadapon and Grampypon, Tora never used. Is this true, Poppy? Correct. This armor was designed by Masterpon's Grampypon. Masterpon's Dadapon improved design further and perfect its defensive capabilities. Huh. Is that right? That entirely right! Tora, not Fibtella! Masterpon put finishing touches in form of Tail Wiggle Dance Protocol. Mwahahahaha! Masterpon worked feverishly on this feature. Tail Wiggle Protocol consume Masterpon's waking hours until he perfect wiggle angle and ear flap rate. Oh, is that so? That's very interesting, Tora. Poppy! Poppy! Don't reveal Masterpon's secrets! Why not? This excellent opportunity to share Masterpon's research with Gru. Poppy's right. Really, this is fascinating. Do continue, Tora. I'd especially like to hear about your views on women. Mwmw! I'd like to share my views on mine. Okay. O, even a direct Harmonie-erfolg. Also, Tatasso, what's up? Tatasso, what's up? Tatasso will Lila wieder heile machen, ganz egal wie viel Aufwand und Gold he in der Reparatur stecken muss. Aktueller Zustand von Lila nicht hinnehmbar. Instandsetzung ganz im Sinne von Papa Pon Zuzu. Durchhalten, Lila, wird früher oder später wieder voller Funktionsfähigkeit erhalten. Volle, nicht sonst. So, warte, wo war denn jetzt der Automat? Ach ja, hier ist er. Und ein Sammelpunkt. Tiger, Tiger. Okay, irgendwas mit Stufe 3 soll ich schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Normal, easy, wahrscheinlich normal. Stage, select, keine Ahnung, ey. 3. Oh Gott, wie ging das? Ach so, kann ich damit angreifen? In die Richtung, in die ich blicke, oder was? Ach so, und ich muss den, oh Gott, den Krimskrams hier einsammeln. Ah. Ja, dann mach ich mal schnell, ne? Ach stimmt, das war, glaube ich, wenn ich, sobald ich unten angekommen bin, muss ich dann wieder hoch. Oh, ich glaub, den Schatz hat ich grad verloren. Ja. Ah, Fug. Ich bin nicht gut. Game over, nochmal. Ja, Fug. Fug. B, 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 B bin ich jetzt. Ist mir zu peinlich, um da mit einer anderen zu stehen. So, warte mal, jetzt, ähm, aktiviere ich, glaub ich, erst mal die Quest, damit ich genau sehe, was ich da machen muss. Nicht Charakter, äh, Missionsbruch. Spur ist verschwunden. Ne, das ist das alles nicht. Krieg, äh, Künstlerleiden. Teures Vergnügen, das wird das sein, oder? Bringe Bipopo zu Taurus Haus, damit er dort Tiger-Tiger spielen kann. Das ist eine DLC-Mission. Ich wusste gleich, was ich da ist. Panzer-Modus-3 muss ich gewinnen. Okay. Panzer-Modus-3. Probier das nochmal. Kann ich irgendwo checken, ähm, womit es welche Preise gibt, so? Anscheinend nicht, ne? Probier's aber nochmal. So. Kill den Schatz. Kann man die eigentlich killen? Ja. Oh Gott. Was ist das, ja? Ich weiß nicht, ob das denn eine Heilung wird, oder? Oh Gott, dieser Fisch ist ja der pure Stress. Der pure Stress. Oh Gott. Geh weg. Ach, die Luft ist das oder so. Ah, den kann man zumindest angreifen. Weiß nicht, mit dem geht das wahrscheinlich auch. Oh Gott, der hält mehr aus. Okay, ich hab da noch eben einen Schatz gesammelt. Das ist schon mal ganz nice. Ich weiß nicht, was das da rechts ist. Ach, du Ekel. Ne. Das mag ich nicht leiden. Oh Gott. Der ist ja auch nach Zeit, oder? So, und jetzt geht das wieder hoch, ne? Ach, du. Fick. Ah. Oh Gott. Ah. Oh, bitte nicht sterben. Oh, oh. Fuck. Darf ich irgendwas behalten von dem, was ich gesammelt hab? Ne. Ja, ich bin... Jetzt bin ich aber angefixt. Scheiße. Jetzt bin ich angefixt. Normal. Stage 3. Jetzt hab ich zumindest halbwegs verstanden, was hier abgeht. So, gib mir das alles. Bam, 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 bam. Schildkröten kann ich nicht killen. Die kann ich killen. So. Den muss ich angreifen. Bam, 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 bam. Ich hab mir das. Irgendwas hab ich eingesammelt. Ich weiß nicht, was das ist. So eine Sterblichkeit oder was soll das sein? Tschu, 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 tschu. Ganz schnell. Tak, 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 tak. Stirb. Du auch. Stirb. Stirb. Achso, Schildkröte kann ich natürlich. Trotzdem stirb. So, das will ich. Fisch kann sterben. Die eine Truhe hätte ich gerne gehabt, aber auch nicht geschafft. Zack, zack, zack. Uah. Zack, 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 zack. Stirb. Stirb. Du auch. Du auch. Qualvoll. Nehmen wir die rechte Seite, denke ich. Beim Hochkommen wieder links lang. So, den habe ich auch erwischt. Auch erwischt. Kann ich den so überraschen? Ja, kann ich. Sehr gut. Uah. Überraschen. Und du auch. Geh kaputt. So. Weißt du, was das da ist? So, aus wie so eine Dragon Ball Kapsel. Ist auch meins. Alles meins. So. Und gib mir das. Es geht hoch. Jetzt kann man nicht mehr angreifen. Jetzt kann man nur noch. Irgendwie hochwuseln. Ne, das will ich da alles nicht. Oh, Schiss. Ne. Das ist mir zu gefährlich. Das Ding dazu. Ich will das holen. Okay. Komm, 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 komm. Ich will einmal nur überleben. Oh. Ah. Ja. Oh, scheiße. Zählt das? Zählt das? Habe ich es geschafft? Oh. Bringt mir das irgendwas. Irgendwas Stufe 3 brauchte ich. Qualien nur von oben. Okay. Schildkröten kannst du von unten töten. Ah. Und wenn ich wieder hochfliege, kann ich niemanden töten. Ich glaube, der Name ist scheißegal, ne? Oh Gott. Den Namen hätte ich nicht wählen sollen. Das war aus Versehen, Leute. Ach du Scheiße. Ich will das ändern. Das ist nicht okay. Oh Gott. Das war einfach nur irgendeinen Buchstaben. Streiter für das Gute. Erledigt. So, ein starker Jungen, eine große Hilfe war das. Wie wäre es mit einer leckeren Mahlzeit bei mir zu Hause als Belohnung? Ob ich irgendwo gucken kann, welche Belohnung ich kriege? Oder ist das random? Oder weil ich suche halt was ganz Bestimmtes. Ich gehe mal auf normal. Stage 3. Was finde ich Stage 1 nehmen? Kriege ich da. Auf jeden Fall entspannter wahrscheinlich. So, zack, zack, zack. Gott, ich kann mir... Ich werde mir nicht merken, welche Seite ich gecleared habe. Ziemlich eigentlich wichtig, wenn man dann wieder hoch muss. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, die auch nochmal alle mitnehmen. Jetzt machen die Schraubenschlüssel nochmal. Oh Gott, ist das stressig. Oh, den wollte ich haben. Ah, die kriege ich nicht mehr. So, so. Okay. Wünscht mir Glück. Ne, keine Ahnung. Yes, das hat geklappt. Oh nein, oh, oh, einer fehlt. Das ist auch nur für ein bisschen Score dann, ne? Ah, es ist echt schwer, die mit dem dann wieder einzusammeln. Oh ja, ich bin zufrieden. Panzerbrecher ist ein Skill von Poppy. Man kann ihn herstellen. Okay, also ich muss ihn nicht unbedingt gewinnen. Oh, oh Gott, er hat den Namen wirklich gemerkt. Ich muss Stage 3 irgendwann mal mit einem besseren Namen machen. Wann kann ich da eigentlich Stage 4 und 5 spielen? Wie schalte ich das frei? Teures Vergnügen. Mission aktualisiert. Also anscheinend war das richtig. Torat Kram dabei. Da. Danke, Pond. Danke, Susann. Bipopo hat ohne Ende Tiger Tiger gespielt. Und jetzt hat Bipopo auch noch mega preis. Dann kann Bipopo ja nach Hause gehen. Wann fährt Schiff nach Agentum noch gleich? Hm, no, no. Alles in Ordnung. Bipopo ist gerade eingefallen. Bipopo hat gesamtes Katsching für Zock Spaß verprasst. Hat nichts mehr für Ticket. Vielleicht gibt es dir dein Geld nicht. Ah, Bipopo möchte um Klitzeklein den Gefallen bitten. Bring Freunde Bipopo bitte zurück zur Agentum AG. Also ich würde, ich würde, darauf muss ich eine negative Antwort geben. Ach, ist ja traurig. Wie, Freunde wollen nicht? Bipopo schockiert. Nur, dann bleibt Bipopo eben hier. Zuhause von Tora jetzt auch zuhause von Bipopo. Wenn Tora doof findet, kann Tora ja Bipopo doch noch zurück nach Agentum bringen. Ja, ja. Entscheidung liegt ganz bei Tora. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ähm. Ich glaube, ich aktiviere doch mal diese Quest. Teures Vergnügen war das, ne? Ähm. Missionsbuch. Teures Vergnügen. Da ist es. Ähm. Aktivieren. Genau. Aktive. Okay. So. Dann steht ja eigentlich, ne? Gehe zu Bipopos Haus in Agentum. Ja, das hat mir halt sehr geholfen. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich, äh, fünf Stunden Tiger-Tiger gespielt, bis ich das irgendwann finde. Aber, äh, hat Spaß gemacht, das mal wieder zu spielen. War echt lange her, dass ich das gedaddelt habe. Oh nein, es gibt hier auch schon wieder neue Missionen. Es gibt hier auch schon wieder neue Missionen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich muss hier raus. Ah, hier. Komm mal. Gespräch. Hallo? No, was ist? Vorsitzender Bainer hatte also die ganze Zeit über Dreck am Stecken. Ich kann das einfach nicht glauben. Hast du dir mal angeguckt? Und zu einem Überfluss habe ich mich jetzt auch noch böse am Bein verletzt. Wie scheint es in dieser rosigen Zeit nun vorbei? Oh, daran ist nur Hagar schuld. Diese dreckige Verräterin. So. Verletzt am Bein? Sehe ich nicht. Ich sehe hier keine Verletzung. Warum bin ich so weit unten? Oh Gott. So. Etoto. Sag ich mal, was hast du denn so? Ja, ja, ja. Ich würde jetzt kein Gespräch führen. Ein neuer Auftrag. Oh Gott. Es war so ein wichtiges Gespräch. Ich habe es einfach ignoriert. Weiß Freund schon folgendes. Mit Entwicklung von Agentum und Erfüllung von Söldenaufträgen wächst auch Sortiment in Läden. Und wenn Freund mit riesen Katsching in den Laden spaziert und alle Items aufkauft wird, Freund Ladenbesitzer. Gut, prima prächtige Vorteile als Ladenbesitzer. Freund kann dann zum Beispiel mehr Items tragen. Hat jedenfalls Etotos lieber. Schatz, ich kann mir erzählen. Ja, ja, ich muss jeden Laden leer kaufen. Mach ich aber nicht. Erstmal nicht. Ich muss viel mehr Geld haben. Moin Nico, grüß dich. Ja, ich muss viel Geld geben. Interessant. Ja, das hat. Was ist das Ding? Es sieht ziemlich groteskisch. Warum ist der Argentum? Es ist ein Monkfisch. Sie sind mit diesem Kreatur, Frau Morag? Es ist eine kleine Delikation, die nur in den Wassern hier gefunden ist. Aber die Leute... ...eat diese monstrosische Fisch-Fisch. Es könnte nicht appetizieren, aber ich habe gehört, dass der Geruch ist gewöhn. Seitdem es so rare ist, dachte ich, dass ich etwas mit ihm zackt. Morag, du kennst du? Du sagst, bitte. Frau Morag, wenn ich bitte. Ist das wirklich wahr? Oh, nicht Sie sich selbst fragen. Wir beginnen mit den Fisch, dann? Entschuldigung? Was ist das Problem? Gut es. Gut diese Kreatur. Well, ja. Wir können es genau so machen. Entschuldigung. Leben ist ein Wettbewerb. Lasst uns beginnen. Entschuldigung, wer ist der Boss, Frau Morag? Brigitte? Ja? Bitte halten Sie die Hände. Was? Nein, ich... Das ist... Ich würde es nicht... ...touchen. Es ist nur ein bisschen schwierig, zu machen, wenn es immer... ...starrt mich. Es ist ziemlich wahr, aber... für den lieben der Architekt. Mach es. Bitte. Atleast, die Augen für mich. Ja, Frau. Wir können nicht nur ein Wettbewerb machen. Wir können nicht die Besten von uns. Ah! Was ist falsch? Es... Es hat mich in den Augen. Ist das Ding noch alive? Kann es sein? Dann muss ich es enden, bevor es zerreste. Es ist öffnet. Es ist eine Foul Moth. Frau Morag, der Fall bedeutet, zu essen zu uns. Richtig, das Zettbewerb. Sehr gut. Hellfire! Nein! Warte! Wenn du das machst, das Essen wird... Na gut, Brigitte? Wie ist es der Flambringer. Der Böe ist extinguiert, ohne eine Trache. Puh! Unsere Mission hier ist fertig. Was denkst du? Was machst du? Es gibt nichts mehr, für uns zu essen. andere. Okay. Ich bin zumindest schon mal auf der richtigen Ebene. Und... Beide Missionsdinger finden hier statt. Nu! Bipopo ist wieder da! Ah! Was macht dummer Sonepon denn schon wieder hier? Nunu? Äh, Moment mal. Bipopo, du bist Melolos Sohn? Ja. Melolo gibt mich gerne zu, aber... Ja, ist Wahrheit. Hat stinkfaulen Sonepon, sitzt ganzen Tag zu Hause rum, spielt Brettspiele und hilft nicht einmal im Haushalt. Darum war Melolo froh, als Sonepon plötzlich Arbeit in Gormoth finden wollte. Und nu! Sonepon schon... Zurück! Er hat seine 48.000 Gold bei meiner Maschine... ...verdüß... ...buddelt. Ähm... Ja, mir geht's gut noch spielen. Macht halt echt Bock. Ich hab das vor Ewigkeiten mal angefangen, weil der dritte jetzt Ende Juli rauskommt. Hab ich einfach mal weiter gedaddelt. Und morgen kommt übrigens, äh, neues Turtle Brawler Game, ähm, Sidescroll Beat'em up raus. Und das werde ich dann abends streamen, da hab ich richtig Bock drauf. Also so schön retro Turtles in Time mäßig. Oder Hyperstone Heist artig, wie beim Genesis. Also das wird, glaub ich, sehr spaßig. Darum war mir Lolo froh, als Sonepon plötzlich... Ja, das hatte ich genau. Bipopo will erzählen, aber Mamapon muss versprechen, nicht stinkewütrig zu werden. Nu? Mamapon hat Bipopo doch großen Batzen Kachin gegeben für neuen Start in Gormoth. Ist leider alles futsch. Alles futsch? Wurde Amapopo, äh, Bipopo etwa überfallen und Rex hat gerettet? Äh, genau, ist alles genauso passiert. Ähm, ne. Also so war das aber nicht. Bipopo hat ganzes Kachin für Zocken von Spieltiger-Tiger ausgegeben. Bipopo hat... Was? Äh... Ist vielleicht nicht bester Zeitpunkt für Frage, aber kann Bipopo nochmal 50.000 haben? Bipopo geht diesmal wirklich für Arbeit nach Gormoth. Ganz bestimmt. Bipopo hat... Kann einen hochkantigen Rauswurf haben. Mehr nicht. Hat doch eh vor, Geld wieder für Spiel auszugeben. Mamapon ist nicht blöde. Gib mal... Gib Bipopo gar nichts mehr. Nie wieder. Von heute an... hat... ...Milolo kein Sonepon mehr. So. Will Bipopo nie wieder sehen. Nu, nu? Was ist das aber... Nu, Schluss. Äh... Was hat Bipopo jetzt vor? Mitkommen nach Gormoth? Nu, Bipopo hat ganz vergessen, Mamapon. Supi tolles Mitbringsel zu geben. Panzermodus 3! Ey, das ist doch der Sonderpreis, den man bei Tiga Tiga gewinnen kann. Mamapon, Bipopo hat Mitbringsel aus Gormoth. Mitgebringselt. Was für Mitbringsel? Panzermodus 3! Ist Supi beliebtes, irrekostbares Ding aus Gormoth. Bipopo weiß, dass Mamapon Bergungszeug Supi toll findet. Wollte Mamapon damit Freude machen, aber... Bipopo... Bipopo ist tollster, nutzloser Sonepon in ganz Alres. Mamapon ist so glücklich. Bipopo ist und bleibt dummer, nutzloser Sonepon, aber ist trotzdem immer willkommen bei Mamapon. Danke, Pon. Schnüff! Sogar Tora ist gerührt von bewegendem Moment. Das ist ja nochmal gut ausgegangen. So mehr oder weniger. Oh Mann. Das war ja ganz knuffig. Melodos Sohn Bipopo ist wohl ein unverbesserlicher Nichtsnutz, aber sie hat ihn trotzdem lieb. Okay. Mission aktualisiert jetzt nochmal ein schwarzes Brett. Moment. Helfer gesucht um die Wahrheit über Agentums Wohlstand herauszufinden am Flugdeck der Goldmund melden. Die Wahrheit über Agentums Wohlstand klingt irgendwie interessant. Agentums Geheimnisse. Und zack, wir müssen festlegen. Machen wir jetzt nicht. Nein. Nöb. Okay, okay, okay. Nicht den Fahnen verlieren. Warte, was ist mit ihm nochmal? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir die Verhandlung wohl erstmal auf Eis legen. Was ist los? Ach, ob ihr es glaubt oder nicht. Einige Asile haben sich im Frachtraum von unserem Handelsschiff eingenistet. Wir sollten zu Geschäftsverhandlungen aufbrechen, aber mit einem Schiff voller Asile können wir da schlecht antanzen. Die Wachen von Agentum habe ich bereits um Hilfe gebeten, aber die sind am Schluss nur schreiend weggelaufen. Thorau ist Lösung. Söldnerfreunde haben Talent für nervenraubende Nebenjobs. Also das, meine Freunde, wäre echt der Oberhammer. Ihr seht auch aus wie die Richtigen für den Job. Ja, dann viel Glück würde ich sagen. Genau, jetzt weiß ich zumindest, dass dieses Symbol immer für selten Aufträge ist. Gibt es da so interessantes zu erzählen? Ich habe gehört, der Vorsitzende Bayner ist von seinem hohen Ross gestürzt. Das überrascht mich kein bisschen. Der kam mir schon immer total verdächtig vor. Ich habe auch gehört, dass er an Moradayn irgendwelche dubiosen Geschäfte am Laufen hatte. Und angeblich steckt er sogar mit den Torner unter einer Decke. Was soll ich sagen, das ist echt nicht okay. Fürs erstes jetzt dieser Nira Nira stellvertretender Vorstand. Wollen sie wohl den neuen Vorsitzenden wählen? Jedenfalls sollten sie sich damit ein bisschen beeilen, sonst hat das noch Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Das ist nicht gut. Hier ist, äh, Lagen. Ich erinnere mich. Irgendwas soll ich bei dem machen. Ich will vergessen. Da reiße ich extra für einen schicken Hut her. Ach, das ist mit dem Hut. Und was ist das einzige, das es hier nicht gibt? Schicke Hüte. Ein Laden nach dem anderen empfiehlt mir nur irgendwelche dummen Pilzhüte. Sind denn alle hier verrückt? Äh, wie läuft's dann? Huch, was seid ihr denn für ein wilder Haufen? Mädchengespräche. Ah, okay. Da bin ich nicht gut genug. Ähm, könntet ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ich glaub nicht, dass ihr mich verstehen würdet. Ja, niemand versteht dich, Lagen. Absolut niemand. Okay, habe ich genügend Kling für Mädchengespräche? Irgendwie zum Ausrüsten. Ist das echt ne Skill? Ja, dann äh, Mädchengespräche. Habe ich drauf. Nice. Das fühlen wir jetzt. Und so, danke für die schönsten Mithra. Das geht weiter. Endlich jemand, mit dem ich mich vernünftig unterhalten kann. Ich bin extra hier zur Agentum AG gereist, weil ich nen mega feschen Hut haben wollte. Aber denkt ihr, ich hab bisher was gefunden? Pustekuchen. Also die Sache ist so. Mein Vater macht sich Sorgen um mich? Uff, der Trantütige möchte gern dichter, kann mir gestohlen bleiben. Ich suche hier nach nem super krassen Hut. Und beim Architekten? Ich geh erst wieder, wenn ich einen habe. Ach, ich armes Ding. Wenn's doch nur jemanden gäbe, der mir einen Hut zum Niederknien anfertigen könnte. Mist, was nun? Sieh dich in der indolischen Stadt um... Nee, aber das ist... Ja, ja, ja. Ich glaube, ich muss die Quest einfach mal aktivieren. Ach so, hier ist noch mehr. Hatatatat. Ist der, den ich suche? Willkommen Freunde, prima prächtiger Hutladen von Hatatatat. Ist nur für kurze Zeit in Gegend. Hat supi-beliebte Pilzhüte in allen Formen und Größen. Nuh ja, wenn ehrlich ist, vor allem in Nopon Größen. Aber hat auch Paar für Urayana oder Adena-Kopfis. Wollen Freunde mal probieren? Also die Sache ist so. Nun, Freunde suchen krassi-krassen Superhut? Neulich war gruselige Frau hier und hat auch nach krassi-krassem Superhut gefragt. Frau war aber so laut und ungeduldig. Hatatat dachte, gibt stattdessen gleich krassi-krasse Superkloppe. Hat darum vor Angst, ganz vergessen, Frau zu erzählen, dass Hatatat prächti-prächtiger Hutmacher ist. Gruselfrau muss nur sagen, wie Hut aussehen soll und Hatatat kann Design entwerfen und Material auflisten. Wenn Freunde dann Material beschaffen macht, Hatatatat. Auch ganz fix Hut fertig. So einfach sieht das aus. Dann rede ich nochmal mit Lagen. Dieser Hutmacher kann mir also einen Hut anfertigen, genauso wie ich ihn mir wünsche. Warum sagt er das denn nicht gleich? Diese Nopons sind mir echt ein Völkchen. Wie dem auch sei, ihr scheint ja besser mit ihnen klarzukommen. Also gebt ihr bitte meinen Auftrag an ihn weiter, ja? Dann erkläre ich euch mal, wonach ich hier suche. Ich hätte gerne einen Hut, der zu meinem Outfit passt. Er sollte schlicht, doch zugleich anmutig sein. Und auch ein Hauch von Luxus und Prunk darf auf keinen Fall fehlen. Alles Klärchen? Merkt euch das gut. Ich will es nicht zweimal sagen müssen. Okay. Hatatatat. Hatatatat. Also, wollen Freunde das Hatatat maßgeschneiderten Hut anfertigt? Gruselfrau muss nur sagen, wie Hut aussehen soll. Also die Sache ist so. Nun, 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 nun. Muss zu weißgrauer Kleidung von uralianischer Frau passen? Muss schlicht und zugleich anmutig sein? Und muss dann auch noch Hauch von Luxus und Prunk haben? Hatatatat findet, ist ein bisschen widersprüchliches Design. Aber Hatatatat ist immer auf der Suche nach Herausforderungen. Freunde warten. Hatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ahorn hatten auch sechs und viermal regenbogen parfait alles klippi klar freunde bringen materialien hat hat noch tut wir werden sehen was sie tun lässt hat er dort entschuldigt für große liste bei beschwerde bitte mit grusel frau schimpfen ist nicht hat hat schuld aber das ist sicher gut wird mühe wert sein okay ich habe wohl die zutaten nicht am stil behütet heißt die mission ich setzte jetzt mal auf aktiv und dann kann ich mir das anzeigen lassen hütet ja hier als aktive ok wer bist du dann hoppy möchte da da war sie nur fragen klar schon mal was vom premium zylindern gehört es wird behauptet dass sich mit so einem zylinder im gepäck die wertvollsten schätze bergen lassen klingt logisch immerhin ermöglicht er längere tauchgänge und erhöht so die chance was kostbares zu finden niemand verfügt über die technologie premium zylinder herzustellen nicht mal die agentum ag alle premium zylinder die man auf dem markt findet stammen aus alten zeiten deshalb sind die auch so teuer solltest du also welche besitzen rate ich dir sie gut aufzuheben und erst dann einzusetzen wenn es nötig ist okay ausgeblichene die gardine kommot sowie wie finde ich so ein händler und der geschoss meinst du dann hier runter quasi also ich gehe jetzt mal genau torikoff da bin ich schon mal denn irgendwo hier runter sind denn die ganzen händler hier oh wer bist du dann an der hanna stadt ist voll von kunst links und rechts hanna hanna kriegt euglein vor staunstaun gar nicht mehr zu aber es auch was hanna hanna von gormod erwartet gibt so viele berühmte künstler aus gormod neulich erst hat hanna hanna holzschnitt von oberpon beiner beäugelt wurde von gormod die meister gemacht heißt es hanna hanna plant schon ein langes nervenjahr von mamapon bis mamapon holzschnitt für hanna hanna kauft hanna hanna ist größter fan von oberpon beiner er ist aber ein arsch gibt keinen tüchtigeren geschäftspon nee nee das das solltest du gleich mal wieder vergessen fan von ihm zu sein bei romeo und julia genau da genau hier genau genau hier wo ich bin ihr habt uns so viel geholfen danke norm und ich haben dank euch die richtige entscheidung getroffen anfangs war papa natürlich unglaublich wütend aber am ende hat er sogar noch zeit mit norm zugestimmt vielleicht haben sie bemerkt wie ernst mir das alles ist als ich tatsächlich von zu zusammengenommen haben und nach turik auf zurückgekehrt sind kann man dir schnack ich auch noch mal hallo hey danke für den besuch und danke dafür dass ihr uns das von ryan und familie erzählt habt ihr vater wollte vorher nie mit mir reden aber ryan und mutter hat ihn umstimmen können sie meint unser gemein und zusammen das glück könnte den anfang von mehr harmonie zwischen unseren ländern bedeuten da habe ich ihnen von unseren plänen erzählt und sie haben der hochzeit zugestimmt danke für eure hilfe hinter dir unten unten drunter unten drunter unten drunter also hier unten drunter bin ich richtig wie sieht denn so ein händler aus hier lang textilien ausgeblichene gardine da ist sie dankeschön habe ich jetzt gekauft ja und jetzt jetzt habe ich es gekauft okay perfekt so nächstes ziel kristall kameli okay wir suchen kristall kameli kristall kameli und an hatten okay ich gehe einmal hin ich nehme mal drei missionen an hallo ihr kommt gerade richtig heute mit euch über etwas reden unsere kleine söldnertruppe bekommt immer mehr aufträge wir brauchen mehr leute das bedeutet aber dass wir auch mehr ressourcen brauchen wir benötigen verpflegung medizin werkzeug und ausrüstung um zu kampieren die liste ließe sich beliebig lang fortsetzen um die wichtigsten dinge zu besorgen bräuchte ich eure hilfe wenn wir gut versorgt sind können wir mehr leute auf missionen schicken dann sitzen sie nicht tatenlos herum einzelheiten könnt ihr von zu erfahren er ist unser logistik spezialist ihr findet ihn direkt beim lagerhaus kudi knappe vorräte kein reisepunkt die ortsangaben kringel mit strich drunter so ralo das auch noch mal eine aufgabe seltsam was ist vorgefallen in letzter zeit laufen die söldner aufträge von gar von immer schlechter mal ist das vertreibende monster schon besiegt mal hat jemand benötigte pflanzen vernichtet so langsam müssen wir von sabotage ausgehen mist was nun diese phänomene treten auf seit sich die zahl unserer söldner erhöht hat vielleicht hat jemand mit den neuen rekruten einen saboteur bei uns eingeschleust ein unschöner gedanke aber wir müssen uns gewissheit verschaffen am besten ohne dass es irgendjemand auffällt erlaube uns dich in der sache zu unterstützen da ihr van damms missionen fortführt vertraue ich euch von allen hier am meisten also hört zu wie ich mir die sache vorstelle ich schicke euch mit den neu rekrutierten söldner auf monster jagd missionen und dabei haltet ihr eure augen offen auf sich einer von ihnen verdächtig verhält so weit so gut dann rufe ich mal drei rekruten so alle da stellt euch doch bitte mal kurz vor ich bin rex ein bergungstaucher schön euch kennenzulernen name ist damina schön freunde kennenzulernen ich bin judith und ich atem ich habe eine monster jagd mission vor euch vier es wurden zwölf stachel unis gesichtet gefährliche genossen ihr müsst ihr alle ausschalten das sind ganz schön viele ja deshalb müsst ihr gut zusammenarbeiten keine lust ich habe mich dieser söldnertruppe angeschlossen weil ich frei sein wollte ich will nicht mit leuten zusammenarbeiten wenn ich nicht weiß wie gut sie sind vielleicht bist du ja auch scheiße entschuldigung judith bitte nicht harmonie von gruppe stören zusammenarbeit das wichtiges merkmal von gar von seltener truppe teilen uns darauf da mir da war noch nicht fertig dafür feiner denen aber so gar nicht so dumm martin also drei monster für jeden von uns aber wenn wir nicht zusammenbleiben dann wenn wir uns aufteilen können wir einfach mehr ausrichten na gut nach besiegen von monstern treffen alle bei lager mit blick auf farthing gewässer gut so machen wir es wo roger sie reden von freiheit aber für mich klingt das eher nach egoismus viel erfolg die säcke alle saboteure nein jetzt nicht einfach so viel quest hier ist noch mal eine quest grüße wie ist die lage wenn ich an dieser stelle noch ein wenig feile nun was ist jetzt noch dieses teil oder anbringen und ja das ist es genauso ich bin ein genie wer seid ihr denn thora erklärt also verstehe das erklärt wohl weshalb ich euch nicht gleich erkannt habe man nennt mich schule habe mal schmied gearbeitet damit bin ich zwar durch aber zeitvertreib fertig ich ab und zu ausrüstung an den handel und das ganze drum herum überlasse ich aber den jungen spunden ich mache das hier nur als noch als hobby jetzt hätte ich doch beinahe wegen unseres schwätzchen den brillanten einfall vergessen nicht gerade hatte ich würde gern mehr hören nun ich hatte gerade eine idee von der neuen ausrüstung ich sage euch das wird etwas was die welt noch nicht gesehen hat aber nun ja mir fehlen da leider noch ein paar dinge die ich zur fertigstellung brauche fertig wohl so freundlich mir bei der beschaffung zu helfen ihr dürft den fertigen entwurf dann auch behalten so lange ich hübsche dinge anfertigen kann bin ich glücklich profit ist mir völlig schnurz also wie sieht's aus da verlass ich auf uns wir waren das schon oh ihr wollt mir wirklich helfen das freut mich sehr endlich mal ein paar unternehmenslustige jungspunde ich brauche lediglich ein dschungelgestell ein pinienstein und ein wolfzahn dschungelgestelle findet man wohl manchmal beim bergungstauchen in gormoth habe ich zumindest so gehört piniensteine sollten nicht allzu schwer zu finden sein immerhin ist uralja ein recht felsiges fleckchen und ein wolfzahn solltet ihr von den reißhölfen bei der bohrbrücke kriegen danke dass ihr euch darum kümmert ein neues hobby habe ich alles für ihn wahrscheinlich nicht nichts kaufen jetzt schon wieder angelabert nein nein geht noch mal mit ihmchen naja irgendwas fehlt mir wahrscheinlich dass das bergungstaucher ding dann ist hier hinten noch mal genau mit so kann ich ja noch mal reden aber ich mache es einmal weil ich schon mal hier bin aber seid ihr ja ich werde euch genau erklären worum es geht um unsere aktivitäten ausweiten zu können benötigen wir provient für reisen in weit entfernte gebiete vor ort kann man nicht immer etwas finden also müssen wir für alle fälle etwas dabei haben früher hat sich während der im ganze allein um die besorgung und verwaltung von vorrägen gekümmert wir versuchen gerade uns darüber klar zu werden wie man das jetzt am besten regeln sollte es ist leider gar nicht so einfach eine gute lösung zu finden aber solange wir ohne großen erfolg herumdoktern gehen unsere vorräte immer mehr zur neige wir brauchen nachschub bevor wir mit ganz leeren händen dastehen wenn ihr zutaten besorgen und provient zubereiten könntet wären wir also sehr dankbar was meint ihr kriegt ihr das hin tor macht aus ff locker flockig sehr schön ich werde dafür sorgen dass ihr die kochstelle auf dem kleinen rastplatz benutzen dürft wenn ihr die zutaten beisammen habt könnt ihr dort dann die mahlzeiten zu bereiten verstanden wir zählen auf euch ok perfekt da haben wir jetzt die mission angenommen nein provient ich ach komm ich bin schon mal dabei jetzt komme ich mir nie wieder nie wieder hin was soll ich machen bereite provient auf dem kleinen rastplatz zu gott ich soll richtig viel machen erstes mit zu viel habe jetzt kann man auch mal später ok ich will nämlich noch die eine mission abschließen also die reißfelder sind links vom tor von von samyma und man ist noch mal informantin kaufen hier ist noch ein bisschen was zum kaufen ist kaufe ich ja auch noch mal leer ja schon mal dabei bin ok map von samyma war da die reißfelder sind links vom tor von von samyma links vom tor acht da oben ja 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 ok so reißfelder von gewendet irgendwo soll hier ein händler sein ja oder oder kann ich dir hier ab farmen einfach an den sammelpunkten komaut 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 akkabau oh yes das war's schon geil easy peasy jetzt will ich aber das andere ja auch noch mal abbauen jetzt jetzt bin ich heiß drauf und ahornhappen fehlen mir noch hast du eine ahnung wo ich die herkrieg aber es ist ein item zum sammeln ne da war es zumindest schwammig da war es ahornhappen yes wir haben es genial bringt die materialien zu hat hat beim bazar von agentum agentum hat 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 wo ist er denn noch mal vergessen Ah, ich gehe einfach zum Gasthaus und von dort aus finde ich den schon. Nice! Danke, Susanne! Das hätte ich sonst nicht geschafft. Aber krass, dass es jetzt eben so schnell ging. Jetzt komme ich mir relativ nah am Ziel, einfach eine Ebene niedriger. Warte mal, war das ja so ein seltener Auftrag-Ding? Was erlauben Schurken? Oh Gott, wie heißt sie? Hele Hele würde Schurken am liebsten mit dicker Kanone bis nach Morita schießen. Was ist los? Hele Hele hat von Schiffer fahren, das ohne Erlaubnis von AG Handel betreibt. Ist ja wohl Gipfel von Dreistigkeit. Ganzer Markt kann zusammenbrechen, wenn Handel ohne Lizenz nicht aufhört. Und dann ist Schluss mit lustig. Puff, ganze Wirtschaft in Scherben. Goldenes Handelszeitalter futsch. Wollen Freunde nicht zufällig an Bord von Schiff ohne Lizenz schleichen und ordentlich sabotieren? Nun, ich wüsste ein paar zufällig, dass die Geselltener, die sich da Aufgabe annehmen könnten. Wunderprächtig. Wie wäre es, wenn Freunde Löcher in ein Schiff hauen und alle Paddel wegwerfen oder so? Hele Hele ist immer noch baff, weil ich der Schreck schreck das Oberpon-Bainer illegalen Handel gemacht hat. Hat immer so brav für Oberpon-Bainer gearbeitet und dann sowas. Stimmt wohl, dass Oberpon-Bainer immer ganz entzückt von goldenem Glitzerzeug war aber trotzdem. dass Oberpon-Bainer sich zu so gemeinen Fiesheiten herablassen würde. hätte Hele Hele nie gedacht. Ah, enttäuscht. Tut mir leid. Ah, hier hinten muss ich hin. Hatat. Thorat Kram dabei. Da. Nun, Freunde haben schon alles gesammelt. Hatatat ist platt wie drauf gesessener Hut. Hey, nicht schlecht, was? Jetzt ist es an der Zeit für Hatatat zu zeigen, was Hatatat drauf hat. Ist fertig. Tadaa, Hatatatat präsentiert Hut, der zu weißgrauer Kleidung passt, ist schlicht und anmutig zugleich und prunki prachtvoll mit Luxus. Staun, staun. Ist womöglich allerbestes Werk von Hatatatat. Vielleicht ist Zeit gekommen zur Ruhe zu setzen. Großes Danke-Pon übrigens für Regenbogen-Parfait. War'n supi leckerer Snack bei Herstellung von Hut. Gut. Hm. Aber genug schwarzi-schwarzi Freunde sollten Hut schnell zu Gruselkunden bringen. Hut zum Niederknien. Nice. Dem stand hier. Login. Da bin ich wieder. Beim Architekten sagt bloß, mein Hut ist fertig. Jippie. Los, zeig die mir sofort. Ich muss ihn sofort sehen. Wow. Und? Was meint ihr? Ist das mal ein Hut zum Niederknien oder was? Hm. Geht, ne? Bin nicht so überzeugt. Äh. Ich bin mal nett. Ich bete ihn an. Nicht wahr? Dieser Hut ist die Erfüllung all meiner modischen Träume. Endlich kann ich mich wieder beim Shopping sehen lassen. Hm. Meine Freundinnen werden voll neidisch sein. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein richtiger Taugenichts. Aber immerhin hat er mir fähige Helfer geschickt. Hier. Ich geb' euch ne kleine Belohnung für all die Strapazen. Dann müsst ihr nicht extra zu meinem Vater zurück. Danke-Pon. Was? Was tut ihr denn so erschrocken? Findet ihr, das war zu viel? Hm. Keine Sorge, ich hab' noch viel mehr. Naja. Was heißt ich? Jetzt hab' ich eigentlich alles von meinem Vater egal. Danke für die Hilfe. Vielleicht hat er ja auch geguckt, weil's zu wenig war. Behütet. Abgeschlossen. Aha. Du hast lange einen Hut besorgt, der ihr gefällt. Also ist sie heimgekehrt. Du kannst den Hut jetzt selbst anfertigen. Ah. Lagens Hutbestellung. Irgendein Splitter. Jade Weste. Oh mein Gott. 128.000 Gold. Ja. Okay, 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 okay. Das hat sich doch gelohnt. Ach, du ahnst es nicht. Genial. Und wir haben ein paar neue Harmonie-Dingsy Bumsy hier freigeschaltet. Ein paar neue Harmonie-Ringe. Da. Dromark hat die finale Stufe erreicht. Nein. Nein. Aber ja. Asami hat jetzt auch. Vier und fünf. Oh, geil. Korath auch die letzte Stufe. Okay. Das sieht doch mal gut aus. Dann, 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 dann. Der Mifflin. Bin ich glaub' ich durch. Ich glaub' ich hab' genug gemacht für heute. Was meint ihr? Ich glaub' ich hab's geschafft. Ich schick' noch irgendwen los zu irgendeinem Auftrag. Oder hab' ich das schon gemacht? Zwei Minuten. Oh Gott. Kann ich das strecken? Nee, kann ich nicht. Das war's, Leute, mit dem Stream. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und bald geht's dann weiter. Und ich werd' das natürlich wieder samt Timestamps und vielleicht in geschnittener Form auf YouTube veröffentlichen in den nächsten Tagen. Folge 17 kommt der ersten an. Nee, Folge 18, die ich hier gemacht hab'. Okay. Das war's. Hab'n wunderschönen Abend. Tschüssi.